Herzlich willkommen bei EchtgeldTV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei EchtgeldTV zum elften Mal zu Gast bei EchtgeldTV ist Invesco. Und weil wir jetzt quasi in den neuen 10er-Block starten, fangen wir auch mit was Neuem an, nämlich mit aktiven ETF. Dazu begrüßen wir Erhard Radatz, der ist, das muss ich ablesen, Global Head of Portfolio Management bei Invesco Quantitative Strategien. Und was es damit so alles auf sich hat und was es vor allen Dingen mit der Fondsidee, die wir euch heute präsentieren und die wir auch diskutieren und die wir wie üblich auch kritisch hinterfragen, so alles auf sich hat, das erfahrt ihr wie üblich nach dem Disclaimer. Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkaufs. Verkauf und Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv slash Disclaimer. Ja, wer Invesco ist, das wisst ihr inzwischen einer der großen Vermögensverwalter der Welt. Stark bei ETFs, stark auch bei aktiven Fonds. Aber Erhard Radatz ist zum ersten Mal bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Erhard. Und die übliche Frage an jeden, der auf diesem Stuhl sitzt. Wer bist du und was machst du bei Invesco? Ja, Erhard Radatz ist mein Name, wie gesagt. Ich bin der Leiter des Portfolio-Managements für das Quantitative Team. Ich selbst habe Physik studiert. Kann man ja nicht ändern. Also ein Quereinsteiger sozusagen. Ja, man kann mich durchaus als Quereinsteiger bezeichnen. Immer schon börseninteressiert gewesen? Ich denke, mein Interesse kam durch die Finanzkrise. Ich denke, mein Interesse für die Finanzmärkte kam in der Finanzkrise. Man hat gemerkt, da ist was nicht richtig und ich wollte verstehen, was es ist. Und dann dachte ich mir, dann werde ich da mal... Dann rechne ich es mal nach. Dann rechne ich es mal nach. Da kam also dann der Physiker doch, der wissen wollte, Chemie ist, wenn es kraft und stinkt. Physik ist, wenn es nicht gelingt. Genau, Physik ist, wenn es nicht gelingt. Genau, da ist ja einiges nicht gelungen und da bist du dann reingegangen. Jetzt quantitative Strategien. Was hat es damit genau auf sich? Was ist das für ein Team? Was macht ihr da so? Ja, wir sind die Nerds unter den Investoren. Das heißt, was wir tun ist, wir schauen uns an, welche Dinge haben denn so in der Vergangenheit funktioniert und was kann ich da eigentlich für die Zukunft daraus lernen. Das heißt, ein quantitativer Investor möchte sämtliche Emotionen aus dem Investmentprozess heraushaben. Emotionen sind immer so ein kleines Problem. Man neigt dazu, im falschen Moment vorsichtig zu sein und im unfalschen Moment oder im anderen falschen Moment zu optimistisch zu sein. Und das möchten wir ganz raus haben. Wir möchten ganz, ganz kühl und nüchtern investieren. Und dafür schauen wir uns Daten an. Wir verarbeiten Daten und treffen daraus Investmententscheidungen. Das können ganz unterschiedliche Investmententscheidungen sein. Das kann Wertpapierselektion sein. Das kann auch Asset Education sein. Also die Frage, möchte ich jetzt in Aktien oder in Renten gehen? Oder sogar irgendwelche Hedgefondsstrategien. Die gibt es in der Tat alle als quantitative Strategien. Letztendlich ist ja sogar ein Index irgendwie. Eine quantitative Strategie. Eine sehr einfache Strategie. Wenn wir so einen S&P 500 nehmen, der nimmt halt, abgesehen von so ein paar Bauchentscheidungen des S&P-Komitees, nimmt er einfach die größten Aktien und gewichtet sie nach dem Free-Float-Value. Auch das ist ja eine sehr rationale, datengetriebene und vor allem objektive Herangehensweise. Ich würde da ganz gerne nochmal nachhaken, weil dieses Quantitative ist ja schon etwas, was mich anspricht. Aber mathematisch bin ich ja nicht so weit gekommen wie du. Also Mathe geht einigermaßen, aber Physik und so weiter und dann die Zusatzdisziplinen, nee, das ist nicht so gut. Nun haben wir ja in den 90er und insbesondere auch in den Nullerjahren oft festgestellt, dass Strategien quasi overfitted wurden, dass sie sehr, sehr stark optimiert wurden und dann im Alltag nicht mehr funktioniert haben. Ich habe das bei einer eigenen Strategie, die ich lange Zeit in der Vermögensverwaltung auch verfolgt habe, dann irgendwann mal festgestellt, dass es wirklich einen klaren Bruch in den Nullerjahren gab mit Beginn des neuen Jahrtauens. Wie optimiert ihr da und wie geht ihr mit viel mehr Rechenpower, die es jetzt ja gibt, da an solche Modelle ran? Du sprichst den wesentlichen Punkt an, der für quantitative Strategien relevant ist. Nämlich die Fragestellung die, wie kann ich dieses Risiko vermeiden? Wie kann ich dieses Overfitting vermeiden? Man sagt gerne so, naja, wenn ich die Daten lang genug folter, werden sie alles zugeben. Das ist nichts anderes als die Frage Overfitting. Das heißt, ich schaue zu viel in die Vergangenheit und ermittle dort sowas. Da gibt es halt mal so lustige Beispiele wie, naja, ich habe einen Backtest gemacht, also eine Rückrechnung und da kam auf einmal raus, ja, wenn der Vorstandsvorsitzende einer Firma mit B beginnt und fünf Buchstaben hat, dann ist das eine Firma, die outperformt. Das ist wahrscheinlich kein guter Indikator. Das ist wahrscheinlich ein sehr schlechter Indikator, weil das hat in der Vergangenheit funktioniert. Es gibt aber keinen ökonomischen Grund, warum das in der Zukunft funktionieren soll. Und das ist der wesentliche Element. Ich möchte immer in etwas investieren, wo es ein ökonomisches Rational gibt, also wo ich aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive oder auch einer verhaltenspsychologischen Perspektive einen Grund habe, warum eine Investmentstrategie funktioniert. Und da gibt es dann verschiedene Techniken, die ich wissen muss. Eins ist zum Beispiel, ich möchte vorher wissen, warum es funktioniert und nicht hinterher. Ich mache mal ein Beispiel, um es ein bisschen plastischer zu machen. Wir haben jetzt gerade uns ein neues Datensatz angeschaut, den wir jetzt noch mittlerweile benutzen. Das sind Kreditkartentransaktionen. Das heißt, wir schauen uns an, naja, was wird denn gerade so gekauft? Kaufen die Leute eher, weiß ich nicht, die Handtasche von Marke A oder Marke B? Okay. Und unsere Perspektive war, dass wenn etwas mehr gekauft wird, das positiv auf die Aktie sich auswirkt. Was wir da aber als erstes natürlich testen, ist nicht, wirkt sich das positiv auf die Wertentwicklung der Aktie aus, sondern wenn es einen positiven Effekt hat, kann das nur über den Umsatzkanal kommen. Das heißt, was uns wichtig ist, ist nicht die Frage, ist das allein positiv auf die Wertentwicklung der Aktie, sondern wenn diese Kreditkartentransaktionen einen Mehrwert darstellen sollen, dann müssen die einen Mehrwert in den Umsätzen darstellen. Also dann muss ich vorher, muss ich eine Information über die Umsätze haben, die ich sonst nicht im Markt eingepreist habe. Und genau das haben wir uns angeschaut. Und in der Tat, das Ergebnis war, ja, das kommt bei raus. Und dann haben wir das auch eingesetzt. Weiteres Thema, was man sich übrigens anschaut, ist, naja, wenn etwas funktionieren soll, sollte es nicht nur in einem Markt funktionieren. Ganz schlecht ist, wenn ein Indikator nur in den USA funktioniert, aber in Großbritannien zum Beispiel nicht. Das wäre dann auch wieder eine Frage, dass man sagt, naja, dann ist das wahrscheinlich etwas, was in den historischen Daten drin ist. Aber ob das eine Aussage über die Zukunft hat, ist es nicht. Das heißt, was man so üblicherweise macht, man testet es in USA zum Beispiel. Das ist immer, es ist der größte, liquidste, längste Historie. USA macht am meisten Spaß. Und dann schaut man aber in anderen Märkten, verhält es sich dort eh nicht. Oder verstehen wir, warum es sich vielleicht anders verhält. Das sind so die Themen, wo man dann auch reinkommt. Das ist übrigens der Grund, warum unser Team nicht nur aus Physikern besteht. Ja, ganz klar, unser Team besteht aus Physikern. Das besteht aber eben auch aus Buchhaltern. Weil, ganz ehrlich, eine Bilanz zu lesen, ja, also ich weiß schon ungefähr, was oben, was unten steht. Aber jetzt die Details, was da im EBIT da drin oder draußen ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, steige ich persönlich aus. Und da gibt es dann wieder Experten, die bei uns im Team, die Experten dafür sind. Und da gibt es natürlich genauso Wirtschaftswissenschaftler, da gibt es Volkswirte. Und es gibt natürlich auch die Physiker, Mathematiker und Informatiker. Am Ende muss man das auch alles programmieren. Das ist natürlich auch, also wir haben schon richtig viel Programmcode. Also wir lernen an dieser Stelle, es ist mit quantitativen Strategien nicht so einfach, dass man ein Excel füllt, denn Excel macht die meisten Millionäre, allerdings immer nur in der Rückschau. Und nach vorne ist es dann schwierig, hat also sehr viel zu tun, auch mit Validierung. Jetzt hast du gerade schon mal so einen Einblick gegeben in die Herangehensweise. Und da kam immer wieder so dieses Wort rational vor. Das ist ja auch etwas, was Investoren für sich in Anspruch nehmen, die in klassische Indexprodukte, in ETFs investieren. Das ist ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen synonym geworden. Ja, ETF meint man meistens damit, einen börsengehandelten Fonds, der eben einen der großen Indizes, MSCI World, S&P 500, gerade im Fall von Invesco, QQQ, haben wir ja eine Sendung zugemacht, erst im Frühjahr, Nasdaq 100 abbildet. Allerdings die ETFs, über die wir jetzt sprechen, die auch auf eurem Know-how basieren, die kommen zwar sehr rational daher, haben aber einen kleinen Zusatz in der Gattungsbezeichnung, wo der eine oder andere ETF-Investor schluckt. Es handelt sich nämlich um aktive ETFs, wo man sagt, ETF ist doch eigentlich einfach, transparent und fair. Und naja, bei dem aktiven Management mit dem einfach und dem transparenten, dem fair, da gibt es genügend Beispiele, bei denen das nicht der Fall ist. Wie passt das denn jetzt zusammen? Na gut, als erstes ist erstmal die Frage, was ein ETF ist, gar nicht unbedingt die Frage, ob der passiv oder aktiv ist. Also ETF steht für Exchange Traded Fund, also börsengehandelter Fonds. Da steht nirgendwo das Wort passiv oder aktiv drin. Es gibt in der Tat normale Publikumsfonds, die sind passiv, so wie man die meisten ETFs kennt, wie du es auch gerade beschrieben hast. Und es gibt eben auch aktive ETFs. Es gibt schon einen Grund, warum sich der ETF-Mante sehr anbietet, um eine passive Strategie in einen Mantel zu packen. Der Grund dafür ist, ETFs müssen ja an der Börse gehandelt werden. Dafür müssen die Handelsteilnehmer natürlich ein bisschen was über den Inhalt des ETFs wissen. Und das ist beim Index sehr einfach, weil der ETF bildet den Index ab und ich weiß, was im Index ist, dann weiß ich auch, was im ETF ist. Das ist der Grund, warum die ETFs ihren Siegeszug im Passiven haben. Aber nirgendwo steht eigentlich drin, dass ein ETF notwendigerweise passiv sein muss. Er sollte trotzdem transparent sein. Die ETFs, die wir verwalten, die sind alle transparent. Das heißt, man kann täglich auf der Webseite sich angucken, was ist denn da eigentlich drin. Das ist natürlich wichtig für diejenigen, die uns einen Preis für den ETF stellen, weil die müssen natürlich wissen, also die Banken, die den ETF handeln, also ich als Endanleger handele den ja nicht mit Invesco. Ich handele den ja mit einer Bank oder an der Börse und üblicherweise, meine Gegenseite ist so ein Market Maker, wie das heißt. Und die müssen ja irgendwie eine Indikation haben, was ist das Ding wert. Und was ist das Ding wert, sehen Sie halt, wenn Sie wissen, was sind die Teile da drin wert. Das ist ja im Grunde die Fragestellung, die sich jemand stellt, der den ETF handelt. Das heißt, man muss transparent sein. Da bieten sich natürlich diese regelgetriebenen Ansätze an. Das ist auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, das Ganze als ein ETF, also diese Strategien als ein ETF zu lancieren. Ich meine, wir haben uns ja, also wir verwalten Publikumsfonds schon länger als Team und wir haben uns dann eben vor fünf Jahren entschieden, unser erstes aktives ETF zu lancieren. Da gibt es einige Vorteile im ETF. Zum Beispiel ist für Langfristinvestoren hat der ETF so einen kleinen Vorteil, weil derjenige, der handelt, trägt im ETF die Transaktionskosten. Im Publikumsfonds ist das nicht so eindeutig. Und weil wir eigentlich, weil diese ganzen quantitativen Strategien, die sind nichts für Kurzfristinvestoren. Ganz ehrlich, wenn ich mich auf eine quantitative Strategie einlasse, dann tue ich das mit einem Horizont von drei bis fünf Jahren. Mindestens mal, wenn nicht sogar noch länger. Weil unsere Faktoren, die wir, wir kommen da vielleicht wahrscheinlich nochmal drauf, was ein Faktor ist, aber die haben keinen, die sind nicht, damit will ich nicht den Markt innerhalb eines Monats schlagen, sondern damit will ich ganz langfristig so ein bisschen Mehrertrag generieren. Ein bisschen Mehrertrag, das Schöne, es gibt den Zinseszinseffekt. Ein bisschen Mehrertrag kurzfristig ist hoher Mehrertrag langfristig. Aber das ganze Ding ist für Langfristinvestoren und da bietet sich der ETF eigentlich als Mantel an. Wir hatten genau das Thema ja schon sehr, sehr oft auch selber, dass bestimmte Teile einer solchen Strategie dann die Frechheit besitzen, nicht zu jeder Zeit zu funktionieren, sondern dass sie Outperformance-Phasen, dass sie neutrale Phasen haben und dass sie auch Underperformance-Phasen haben. Und deswegen braucht man eben diesen Zeithorizont. So, jetzt, wenn wir auf die Aktive nochmal eingehen, warum macht ihr das? Was sind auch für euch als Gesellschaft die wirklichen Vorteile? Weil es kann ja nicht so sehr sein, das Thema Geld, was man damit mehr verdient. Weil wenn wir jetzt auf das Produkt, auf das wir nachher nochmal eingehen schauen, da sind es 0,3% pro Jahr, da haben wir hier auch schon ETFs vorgestellt, auch von anderen Anbietern, die eine höhere TER haben. 0,3% ist im ersten Moment erstmal so ein Ding, wo ich sage, ja okay, das ist also spontan erstmal ein relativ fair und kostengünstig wirkender Preis. Das freut mich natürlich, dass ihr sagt, das ist fair. Das haben nicht wir gesagt, das habe erstmal nur ich gesagt. Christian hat schon immer noch seine eigene Meinung. Nein, nein, ich sehe das ja auch. Ich meine, wir haben ja eine ganze Reihe von so Themenfonds auch in den letzten Jahren verrissen. Ja, ich meine, da hast du ja dann auch 0,5, 0,6, 0,85, veränder ich mich dran. Ja, und hier ja doch dann 0,3. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, also da können wir jetzt mal richtig absahnen, sondern ganz im Gegenteil, also gegenüber dem klassischen Investmentfonds, der ja häufig mit 1,x% TA kommt, ist es ja deutlich günstiger. Ja, das Schöne an diesen systematischen Strategien ist, da kann man Mengenvorteile machen, wenn man sie heben, wenn man sie managt. Im Endeffekt haben wir ja nicht, ich bin der Leiter des Portfolio-Managements, aber man darf sich ja unsere Aufgabe nicht vorstellen wie beim klassischen Portfolio-Manager, dass ich jeden Tag da sitze und zwischen Aktie A und B auswähle. Das macht ja genau die Systematik. Und damit haben wir auch die Möglichkeit, dass wir mehr Vermögen managen können pro Kopf, als das ein klassisches, fundamental getriebenes Investmentteam kann. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, günstiger anzubieten. Das ist übrigens der Grund, warum große Staatsfonds diese Faktorstrategien so gerne benutzen. Also eine der Gründe. Also unsere größten Kunden sind eigentlich so Staatsfonds und Pensionsfonds. Dieses ETF ist auch ein wichtiges Geschäft für uns, aber die mit Abstand größten Fonds sind dann eben die großen Pensions- und Staatsfonds. Und die nutzen diese Strategien eben gerade, weil die sich so günstig herstellen lassen. Weil wir mit diesen Strategien einen Mehrertrag generieren können bei einem günstigen Preis. Das ist genau der Grund, warum einer der erfolgreichsten Staatsfonds der Welt, der norwegische Staatsfonds, hat im Jahr 2009 dazu mal eine Studie gemacht und hat im Grunde herausgefunden, dass das eine sehr, sehr gute Idee ist, über diese faktorbasierten Anlagen einzusteigen, weil man damit eben einen deutlichen Mehrwert generieren kann und das zu einem attraktiven Kostenpunkt machen kann. Die Norweger investieren seitdem auch sehr, sehr faktorbasiert. Nicht nur die Norweger, aber das sind natürlich, also die kennt man, also wenn man über erfolgreiche Investoren spricht, kommt man an den Norwegern selten vorbei. Ja, dann legen wir doch mal los. Dann legen wir doch mal los und legen mit dem Produkt los, was wir uns auch ausgesucht haben. Und das findet ihr natürlich in den Unterlagen bei uns auf der Internetseite. Und man muss aber fairerweise sagen, dass wir auf dem Porträt gar nicht genug Platz hatten, um den gesamten Namen darzustellen. Denn wenn man es korrekt ausspricht, dann heißt das, Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multifaktor ETF. Kann man mal machen, so einen Namen er hat. Kann man mal machen. Der Vorteil ist aber, also unabhängig davon, dass es immer so ein bisschen lang wirkt, man kann relativ schön herleiten, worum wir eigentlich reden. Und während Christian gleich einen intensiven ESG-Ausflug mit dir vorhat und wir über die Multifaktoren ohnehin noch sprechen wollen, fangen wir mal ganz einfach an. Hier geht es um Global Equity. Wobei global ist dann, ja, ganz global ist es nicht, weil es geht um Industrieländer. Schwellenländer sind außen vor gelassen. Warum? Da gibt es ja auch Ansätze, die die mit reinnehmen. Warum sind Sie hier nicht mit dabei? Als erstes muss ich leider einen kleinen Hinweis meiner Rechtsabteilung nennen. Da wir jetzt über ein Produkt sprechen, gehört das dazu. Wenn ihr dieses ETF erwerbt, erwerbt ihr Anteile an dem ETF und nicht an den Aktien, die das ETF investiert. Für weitere Informationen, insbesondere Risikohinweise, könnt ihr unsere Webseite konsultieren, www.invesco.eu. So, das wäre jetzt erstmal abgehakt. Wir packen, damit wir das dann richtig schön haben, dann packen wir in unsere Unterlagen doch nochmal euren Disclaimer, den wir auch bekommen haben, mit rein. Dann ist es ganz rund und den können wir da auch noch einblenden. Muss es einmal gesagt haben. Alles gut. Und dann kommen wir jetzt zum Thema. Als erstes, warum haben wir uns für die entwickelten Länder entschieden? Es ist gar nicht unbedingt so, dass wir jetzt sagen, naja, die Schwellenländer wollen wir nicht investieren. Und wir haben einfach gut uns bei Investoren gefragt und die haben gerade die institutionellen Investoren, das ETF wird auch teilweise von institutionellen Investoren gekauft, die machen das üblicherweise so, dass sie in ihrer Asset Allocation trennen zwischen den entwickelten und den Schwellenländern. Und die haben uns eben gebeten zu sagen, wir möchten das eher getrennt haben, als in einem Produkt haben. Das heißt, dieser Faktoransatz funktioniert genauso gut in Schwellenländern. Das ist jetzt nicht das Thema. Es ist eher das Thema, dass wir die Kundennachfrage hier bedient haben, warum wir uns auf die entwickelten Länder. Es ist natürlich global in dem Sinne, dass wir weltumspannend sind. Also es sind australische Aktien drin, es sind aber auch amerikanische Aktien drin und dazwischen gibt es auch noch einige Länder. Aber ja, die Schwellenländer haben wir im konkreten Fall rausgelassen. Natürlich funktionieren die Faktoren genauso gut in Schwellenländern. Bevor wir zu den Faktoren kommen, haben wir noch drin, ja, meine Lieblings-Drei-Buchstaben-Kürze, ja, ESG. Also ihr achtet auf Environmental, Social and Governance Standards bei dem Unternehmen. Also Nachhaltigkeit, mal so flapsig dahingesagt, die wir ja häufig sehr kritisch sehen, weil sie so in ihrer formelhaften, bürokratisch-technokratischen Interpretation daherkommt. Aber man kann dem Thema halt nicht entkommen, allein schon regulatorisch nicht. Das wird ja auch zunehmend wichtig in der Beratung. Ihr habt ein sehr umfassendes ESG-Regime. Vielleicht kannst du das mal so in einer Minute kurz zusammenfassen und uns durchführen, worum es euch dabei geht und was ihr da umsetzt. Das Erste ist erstmal, das Schöne an Faktorinvestments ist, man kann ESG-Kriterien relativ einfach umsetzen. Warum ist das der Fall? Unsere Faktoren sagen uns aus, ein überbreiter Aktienportfolien. Die sagen uns aus, dass zum Beispiel im Bewertungsfaktor günstige Aktien sich langfristig besser entwickeln als teure Aktien. Die sagen aber nicht, du musst unbedingt diese eine günstige Aktie kaufen. Deswegen lässt sich Nachhaltigkeit in diesen Faktoransätzen immer ganz gut integrieren, weil du halt sagen kannst, wenn ich diese eine günstige Aktie jetzt nicht kaufen kann, weil die, weiß ich nicht, Tabak herstellt oder so, was wir im Portfolio nicht haben wollen, dann finde ich halt eine andere Aktie, die ähnlich aussieht aus unseren Gesichtspunkten, die aber das Gleiche herstellt. Das ist erstmal der Grund, warum wir gesagt haben, naja, wir können Nachhaltigkeit überhaupt dazu führen. Wir machen das übrigens seit den 1990er Jahren, also wir haben in 1990, ich nicht persönlich, aber das Team hat 1990 das erste Faktorprodukt, das erste Nachhaltigkeitsprodukt lanciert und seitdem managen wir das auch. Wir haben auch ein bisschen Erfahrung da drin, was man da machen kann. Gut, und was sind die Nachhaltigkeitskriterien? Na ja, wir schließen so, also wir folgen dem österreichischen Umweltzeichen, einem sehr, sehr strikten Nachhaltigkeitslabel. Und die Österreicher schließen insbesondere Themen wie fossile Energieträger aus. Das heißt, wir haben Ausschlüsse auf Kohle, Öl, Gas. Also eine ExoMobil ist bei euch nicht drin? Eine ExoMobil werdet ihr nicht. So, wie steht ihr zum Thema Sicherheit? Früher nannte man es auch Rüstung. Auch das sehen die Österreicher, ein neutrales Land, ne? Auch das sehen die Österreicher nicht gerne. Das heißt, auch das Thema Rüstung ist in dem ETF ausgeschlossen. Tabak und Alkohol sind ausgeschlossen. Und dann noch so einige Themen wie Gentechnik und ähnliches, die auch in dem ETF nicht vorkommen. Dazu habt ihr aber nicht nur Ausschlusskriterien, sondern ihr fahrt auch parallel noch so einen Best-in-Class-Ansatz. Das heißt also, bei denen, die übrig bleiben, sucht ihr euch dann diejenigen raus, die am besten abschneiden in Ratings. Was sind das für Ratings? Sind das so diese klassischen, die zugeliefert werden, so wie Sustainalytics? Oder habt ihr da nochmal ein eigenes Rating? Na, also es basiert schon auf den Ratings von MSCI im konkreten Fall. Aber wie immer schaut sich der Quant immer Daten an. Und was uns immer wichtig ist, das gilt eigentlich für alle Daten, Vergleichbarkeit gibt es immer nur innerhalb einer Industrie. Es ist relativ schwierig, eine Bank mit einem Autounternehmen zu vergleichen. Das passiert leider sehr oft und aus unserer Sicht ist es großer Quatsch, weil das sind einfach ganz, ganz andere Treiber, die da drin sind. Und genauso wie wir das auf den finanziellen Charakteristiken nicht machen, machen wir das auch nicht auf den Nachhaltigkeitscharakteristiken. Das heißt, was wir dort tun, ist schon zu sagen, wir möchten das auf einer Industrie... Aber die Bank an sich gilt als nachhaltig. Nein, nein, nein. Die Bank gilt... Also ist nicht ausgeschlossen, dass man sagt, Geldgewerbe ist... Autohersteller, Verbrennungsmotor. Hey, muss man ja eigentlich auch rauschmeißen. Kredite an Rüstungsunternehmen. Kredite an Rüstungsunternehmen, Kredite an Fossilfuels. Also so extrem ist es dann doch nicht. So extrem ist es natürlich nicht. Es bleibt ja auch dann nichts mehr übrig. Wenn man es extrem macht, hast du hinterher einen Spezialwertefonds. Bei einem Solarzellenproduzenten redet man dann drüber, na wo kommt denn das Solarglas her? Dann kommt das aus irgendeiner Uigurenprovinz und dann hat man den nächsten Echo in der Lieferkette. Na klar, die Idee bei Best in Class ist auch immer zu sagen, ich investiere jetzt in die bessere Hälfte des Universums. Aber auf einer Sektor. Also wie gesagt, ich vergleiche nur eine Bank mit einer Bank und einen Automobilkonzern mit einem Automobilkonzern. Dann haben ja die, die in der schlechteren Hälfte sind, die haben eine gewisse Incentivierung, besser zu werden, damit sie investierbar werden. Während die, die in der besseren Hälfte sind, eine Incentivierung haben, weiterhin besser zu werden, weil sie natürlich investierbar bleiben wollen. Das ist so ein bisschen die Idee des Best in Class investieren, dass du sagst, wir möchten eigentlich die ganze Industrie weiter mit anschieben, dass sie besser werden. Was heißt besser zum Beispiel, dass sie A, besser reporten. Das ist für Investoren ganz, ganz wichtig, dass die Unternehmen auch uns zum Beispiel ihre CO2-Emissionen transparent und nach Standards liefern. Das ist noch nicht über alle Industrien der Fall. Das ist schade, weil für Investoren ist es natürlich immer gut, wenn ich belastbare Zahlen habe. Darauf kann ich was aufbauen, darauf kann ich was machen. Das sind zum Beispiel Themen, die man so im ESG-Rating abgreift. Andere Sachen sind wirklich, dass man durchzählt. Na ja, gerade im Governance-Thema, ich zähle mal einfach jetzt im Aufsichtsrat durch, wie viele von den Aufsichtsrat-Mitgliedern sind eigentlich unabhängig und wie viele von denen, na ja, sind dann wieder irgendwie über irgendwelche anderen Verknüpfungen mit der Firma selbst wieder im Geschäft. Das möchte ich natürlich vermeiden. Also der Aufsichtsrat soll kontrollieren. Kontrollieren kann ich am besten, wenn ich nicht noch irgendwelche anderen Interessen habe. Und solche Themen, also da wird wirklich gezählt. Das sind wieder die Themen, die ich als DSW-HV-Sprecher natürlich viel besser verstehe als diese Ausschlusskriterien. Ja, Governance, glaube ich, auch ein weitgehend unterschätzter Faktor bei der Aktienauswahl, wenn man eine Menge falsch machen kann. Was ist das Ziel dieses doch recht komplexen ESG-Setups? Ist das schon, dass ihr sagt, na, das ist ein Faktor, der am Ende auf Performance einzahlt? Ist das, ihr wollt es vertriebsgängiger machen? Ist es, dass ihr positiven Impact ziehen wollt? Ist es, dass ihr sagt, also wir wollen den CO2-Fußabdruck des Portfolios senken? Wo ist da die wesentliche Motivation? Also Performance ist es nicht. Es ist sehr schwer nachzuweisen oder, also der Quant guckt sich das natürlich an. Also so ist es, wenn du mit einem Quant sprichst, der hat natürlich alles schon mal dreimal durchgerechnet. Das ist immer der Nachteil, wenn du mit einem Quant sprichst. Zu behaupten, dass Nachhaltigkeit mehr Ertrag bei der Wertentwicklung bringt, ist sehr schwierig nachzuweisen und eigentlich existiert das nicht. Was du aber siehst, ist, es kann Risiken minimieren. Das heißt, es ist nicht so, dass du sagst, es ist notwendigerweise für die zu Outperformance, aber zu geringeren Risiken. Das ist schon mal ein interessanter Aspekt. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wir einfach von den Investoren gehört haben, dass sie gewisse Themen nicht investieren wollen. Und eben, weil wir diesen quantitativen Ansatz haben und weil man das ohne Kosten machen kann, ist es eigentlich, dass unsere Investoren uns darum gebeten haben, das umzusetzen. Und deswegen tun wir es auch. Letzte Frage dazu. Nach diesem recht komplexen Setup im ESG-Bereich, wie viele Aktien bleiben dann überhaupt noch so übrig als investierbar? Ja, wenn du dir jetzt einen gängigen Index anschaust, den MSCI-Welt, der hat so in diesem globalen, entwickelten Universum anderthalb tausend Titel. Was wir machen ist, wir sagen, wir müssen uns ja nicht auf den MSCI-Welt beschränken. Das heißt, wir öffnen unseren Opportunitätsbereich so ein bisschen, dass wir mit 3000 Titeln beginnen. Nach der Nachhaltigkeit eliminieren wir ungefähr 2000 Titel. Das heißt, wir haben immer noch 1000, mit denen wir dann in unseren Prozess gehen und am Ende ins Portfolio, und dann suchen wir ja nach finanziellen Charakteristiken aus, welche wir haben wollen, am Ende im Portfolio sind so um die 200 Titel. Das variiert natürlich über die Zeit. Also, das ist jetzt nicht, jeden Tag sind 200, 300 oder so. Aber nur als Richtschnur, ESG sorgt schon mal dafür, dass zwei Drittel vom Universum rausfallen. Entweder durch Ausschlusskriterien oder durch Best in Class. So, jetzt sind wir ja bei dem Thema ESG, SRI, da waren wir ja schon ein paar Mal, auch hier in den Sendungen. Wir hatten auch die Begrifflichkeit Multifaktor hier schon mal besprochen. Lief nicht so gut für den ETF, um das mal deutlich zu sagen. Bevor wir hier auch auf das Produkt nochmal spezieller eingehen, vielleicht nochmal zum Wiederaufwerben. Was sind vor allen Dingen auch für euch die entscheidenden Faktoren, die bei euch zur Anwendung kommen? Generell sind es drei wesentliche Faktoren, die wir uns anschauen. Das erste ist der Value-Faktor, auf Deutsch der Bewertungsfaktor. Also wir schauen uns an, dass wir nicht zu teuer kaufen. Wir möchten günstig kaufen und teuer verkaufen. Das ist eigentlich das, was jeder Investor gerne möchte. Das ist nicht so innovativ. Ja, ist natürlich schwierig. Was ist günstig, was ist teuer? Also eine Aktie, die bei 5 Euro steht, ist nicht deswegen günstig, weil sie bei 5 Euro steht. Ich muss das natürlich immer mit irgendwas vergleichen. Das heißt, was ich natürlich mache, ist, ich muss den Preis im Vergleich zu irgendeiner Maßzahl setzen. Im konkreten Fall setzen wir den Preis gern zur Maßzahl Cashflow. Das heißt, was wir uns angucken ist, pro eine Aktie, was kriege ich da für positive Cashflows im letzten Monat oder im letzten Jahr auf den Preis der Aktie gerechnet. Das ist übrigens anders, als es viele Multi-Faktor-Einsätze machen. Viele Multi-Faktor-Einsätze machen das im Vergleich zum Buchwert. Das Problem ist, der Buchwert ist relativ aussagelos. Du kannst beim Buchwert, können die Buchhalter relativ kreativ werden, wann sie mal Abschreibungen vornehmen oder wann nicht. Und da gibt es so einige Schwierigkeiten. Der Cashflow, naja, da gibt es wenig Möglichkeiten für kreative Buchführung. Also entweder ist ein Cashflow… Das fehlt ja auch im Buchwert. So Netzwerkeffekte, die fehlen ja. Das, was ja dann die Plattform-Ökonomie benachteiligt, während wir ja beim Cashflow da sehr starke Größe haben. Richtig, genau. Deswegen nehmen wir zum Beispiel den Cashflow als die Maß, also als eine der maßgeblichen Maßzeilen für unseren Bewertungsfaktor. Das wird natürlich anders angereicht. Die Versifikation ist immer ganz teuer im Finanzmarkt. Wir diversifizieren auch gern innerhalb der Signale, die wir benutzen. Das heißt, es gibt da noch andere Signale. Aber Cashflow ist also der Prominente. Als nächstes gibt es den Momentumfaktor. Der Momentumfaktor sagt im Grunde aus, der lässt sich am meisten verhaltenspsychologisch begründen. Das heißt, was wir als Menschen gerne tun, ist, wir haben diesen sogenannten Anchoring-Effekt aus der Psychologie. Kleiner Tipp nebenbei vom Quantinvestor. Wann immer man Gehaltsgespräche führt, man muss als erstes die Zahl sagen. Denn diese Zahl ist der Anker, an dem wir uns dann ausrichten. Das heißt, wann immer ihr ein Gehaltsgespräch macht, bitte nennt als erstes eine Zahl möglichst eine hohe, wenn ihr ein hohes Gehalt haben wollt. Also, ihr könnt auch eine niedrige nennen, aber das bringt ja nicht viel. Weil ab da denken dann alle immer plus 10 Prozent oder minus 10 Prozent. Das heißt, es gibt diesen psychologischen Anchoring-Effekt. Den gibt es auch bei Aktien. Das heißt, ich sehe den heutigen Preis und sage, oh, da ist was Positives passiert. Das heißt, die Aktie muss von heute steigen. Und das tut sie oft dann eben längerfristig und sie neigt nicht dazu, direkt die positiven Informationen sofort einzupreisen. Das ist das, was der Momentumfaktor im Grunde abgreift. Auch da gibt es wieder verschiedene Definitionen. Wir haben da, glaube ich, sehr innovative Definitionen. Weil da gibt es dann verschiedene Probleme mit dem Momentumfaktor. Ein Problem ist, dass im steigenden Markt, der dazu neigt, sehr riskante Aktien zu kaufen, im fallenden Markt weniger riskante Aktien zu kaufen. Das ist aber nicht, was die Aktie selber betrifft. Das ist nur so ein Beiprodukt. Sowas neutralisieren wir dann. Das wird relativ komplex. Wie neutralisiert ihr das? Weil wir haben ja regelmäßig diese Momentum-Updates zu den entsprechenden MSCI-Indizes. Und daher kennen ja unsere Zuschauerinnen und Zuschauer genau dieses Thema. Wir hatten das 2022 ja gesehen, dass dann plötzlich eben die Technologiewerte, nachdem sie ein halbes Jahr schlecht gelaufen waren, rausrotiert wurden. Dann kamen die Energiewerte rein, was eigentlich zur Unzeit war. Und es hat dann weitere sechs Monate gedauert, bis das Ganze wieder on track war. Dann 2023 für die Fortsetzung der Tech-Kosse. Wie könnt ihr das neutralisieren? Das ist ganz, ganz interessant. Also erstens vergleichen wir Aktien, wie gesagt schon vorher, immer nur innerhalb eines Sektors. Das heißt, nur weil ein Sektor gerade läuft, heißt es nicht, dass wir den übergewichten. Sondern was wir tun, ist, wir schauen uns die Aktien innerhalb eines Sektors an, die gerade gut laufen. Also quasi so eine relative Stärke innerhalb des Sektors. Genau, relative Stärke innerhalb eines Sektors. Und das Zweite ist, das wird jetzt wirklich technisch, aber dann wisst du auch so ein bisschen, wie so ein Quant denkt. Wir schauen uns an, naja, wenn ich jetzt, wenn eine Aktie, ein sogenanntes Beta, Beta ist die Zahl, mit der, wenn der Markt 10% geht, eine Aktie mit einem Beta von 1 hat auch erst mal 10%, mit einem Beta von 1,5 würde 15% steigen. Wir nennen es Regression. Aber das ist sozusagen der Anstieg dessen, wenn ich sozusagen Aktie gegen den Markt abtrage, neigt die Aktie dazu eher, mehr als der Markt zu steigen. Das sind so zyklische Themen oder weniger. Das sind so dann so zum Beispiel Versorger. Und wir neutralisieren das Beta aus der Aktie heraus. Das heißt, wenn jetzt der Markt 10% gestiegen ist und die Aktie 15% gestiegen ist, die hat aber ein Beta von 1,5, ist das für uns nur ein neutrales Momentum, obwohl sie den Markt geschlagen hat. Aber sie hat es nicht risikoadjustiert getan. Der Quant denkt immer in risikoadjustierten Zahlen. Der liebt Risikoadjustierung. Und das ist eigentlich so das Thema, wo wir dann auch sagen, wenn wir dieses risikoadjustierte Momentum benutzen, dann wird es auf einmal viel stärker und hat eben nicht diese Momentum-Crashes, wie sie so gerne bezeichnet werden, oder hat die wesentlich weniger als übliches Momentum. Das stärkt das Momentum sehr. Und dann nehmen wir noch andere Größen hinzu. Zum Beispiel schauen wir uns auch an, was die Analysten schätzen. Also die Analysten von den Investmentbanken, die geben ja immer eine Kursschätzung auf die Aktien drauf. Und in der Tat, die sind nicht gut da drin. Also ganz ehrlich, die Zahlen, die man da bekommt, ja, würfeln macht ein bisschen mehr Spaß, bringt aber auch nicht viel weniger. Die sind doch auch prozyklisch, oder? Die sind auch prozyklisch. Man kriegt das immer mit, wenn irgendein Unternehmen eine Gewinnwarnung rausgehauen hat, der Kurs um 30% runter geht. Am nächsten Tag werden die Kursziele dann endlich mal gesenkt. Richtig. Manchmal sind sie aber auch ein bisschen früher. Und diese Zyklik kann man zum Beispiel abgreifen. Interessant ist, wir schauen uns zum Beispiel auch solche Analysten am meisten an, die sich gegen den Trend stellen. Die haben oft mehr Informationen. Die haben sich ein bisschen länger mit der Aktie, also die haben keine Insider-Informationen, aber die haben sich mit der Aktie länger beschäftigt. Die wissen ein bisschen mehr über die Aktie. Das heißt, so Analysten, die sich gegen den Trend stellen, kriegen bei uns ein höheres Gewicht. All solche Themen nutzen wir dann hinein. Und was wir eben nutzen, ist die Zyklizität der Analysten und weniger, was ihr eigentliches Ziel ist. Das heißt, es interessiert uns weniger, ob der Analyst jetzt sagt, die Aktie wird 4 oder 5 Euro. Aber wenn der sagt, statt 4 Euro erhöhe ich mein Kursziel auf 4,50 Euro oder sowas, das sind dann interessante Themen, die wir uns anschauen. Also das fließt bei euch bereits in die Optimierung des Momentum-Faktors ein. Das ist also nicht einfach nur Kurs von heute durch Kurs von vor zwölf Monaten. Zwölf-Monats-Momentum, wer am besten abschneidet, ist mit im Scoring drin. So ist es ja bei den simplen MSCI-Momentum. So wäre es, genau. Das ist also ein bisschen jetzt schon mal so dieser Added Value, der dann durch die Quanten reinkommt. Richtig. Das ist der Added Value. Also wir sind ein Team von 50 Leuten und über die Hälfte davon sind Researcher. Die beschäftigen sich Tag ein, Tag aus nicht anders damit, als sich solche Themen anzugucken. Das ist deren Aufgabe. 50 Leute. Ja, global. Also nicht nur in Frankfurt. Die Hälfte davon sitzt ungefähr in Frankfurt und die anderen sitzen verteilt über die Welt mit einem globalen Team, globaler Firma. Aber die Hälfte von uns sind Researcher. Okay. Also Momentum, Quality und Value sind eure drei. Über Quality müssten wir nochmal kurz sprechen. Genau. Haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, Qualität, üblicherweise akademisch so definiert als Profitabilität. Natürlich haben wir oft Profitabilitätskennzahlen. Aber was wir uns auch deutlich anschauen, sind so Fragestellungen wie, na, wie aggressiv ist denn die Buchführung eigentlich im Unternehmen? So aggressive Buchführung ist selten was Schönes. Also wenn wir ständig immer irgendwelche Sondereffekte in den Gewinnen haben, das ist kein guter Indikator. Das zeigt nicht eine gute Qualität einer Aktie. Das interessiert mich jetzt total an einem Thema, was wir auch ständig in den Aktiensendungen haben. Nämlich, wenn wir uns Free Cash Flows anschauen, ist ja eine wunderbare Kennzahl. Allerdings, was davon nicht erfasst wird, sind diese unseligen Stock-Based Compensations, diese aktienbasierten Vergütungen. Wie die ja bei Alphabet beispielsweise in Relation zum Free Cash Flow durchaus schon eine ordentliche Größenordnung haben. Bereinigt ihr sowas? Ist das ein Thema, was ihr euch da anguckt? Im konkreten Fall mit den Stock-Based jetzt nicht, aber ja, genau das sind Themen, die wir uns angucken. Genau solche Themen sind angeschaut. Wirklich, also da kommen dann auch wirklich unsere Buchhalter, also wirklich unsere Accountants, die schauen sich dann ganz genau an, auf welche Größe in der Bilanz man eigentlich hineingehen muss. Übrigens, witziges Thema ist, wenn alle immer über Dividendenrenditen sprechen. Dividendenrendite bringt euch für US-Aktien kaum was, weil die Amerikaner über Aktienrückkäufe gehen. Das heißt, wenn wir so über solche Renditen schauen, schauen wir uns immer das an, was wir Total Shareholder Yield nennen, was nichts anderes ist als Dividende plus Rückkäufe. Weil in Amerika nur mal Aktienrückkäufe. Also solche Bereinigungen sind genau der Punkt, wo man wirklich einen Mehrwert darstellen kann, wenn es denn einen ökonomischen Rational hat. Das kommt wieder darauf zurück. Das, was du beschrieben hast, ist ein perfektes Beispiel für ein Research-Projekt für uns. Weil wir als erstes mit einem ökonomischen Rational reingehen, nämlich, Moment mal, bei dem Free Cashflow stimmt doch was nicht. Das ist doch eigentlich, also im Grunde, wenn ich dich mal paraphrasieren darf, was du nichts anderes als du gesagt hast, ist, naja, das ist eigentlich Mitarbeiterbezahlung, was da ist. Und das muss ich aus dem Cashflow herausrechnen. Genau, weil ich zahle es ja als Aktionär, aber durch die Verwässerung. Aber es scheint halt nicht auf, ja. Deswegen setzen wir es ja dann doch gerne irgendwie in Relation, zumindest da, wo es halt wirklich, wie bei den Tech-Riesen, wie auch bei einigen kleineren, noch unprofitablen Tech-Firmen, wirklich sehr signifikant ist. Wenn es bei Visa beispielsweise, wir hatten es gerade erst, nicht so das Thema ist. Es gibt da einfach sehr vernünftige Unternehmen und es gibt Unternehmen, da guckst du rauf und fragst dich, wollen die uns jetzt verabhängen? Da denkst du, das ist eine permanente Umverteilung. Umverteilung, das Unternehmen wird sukzessive an die Mitarbeiter umverteilt. Die Deutsche Bank hat das übrigens auch mal hochgradig gemacht. Ja, ja, die Deutsche Bank. Die waren auch mal ganz vorne mit dabei, die waren quasi europäischer Frontrunner. Ja. Also das sind genau, das ist genau, du beschreibst fantastisch gerade, wie unser Research-Prozess abläuft. Man entdeckt sowas und sagt, na, ich habe die These, meine Cash-Furzahl wäre besser bereinigt, um eben solche Themen, weil es ein ökonomisches, du hast das ökonomische Rational, ihr beide habt das ökonomische Rational gerade perfekt beschrieben. Also eigentlich, wenn das hier mal mit dem YouTube nicht mal so läuft, könnt ihr die Bewerbung an mich dann gerne abgeben. Nein, ihr habt das Rational perfekt beschrieben. Was wir jetzt tun würden, wäre historisch zu schauen, wie würde das dann aussehen. Also erstens würden wir dann wirklich auf die verschiedenen Märkte uns angucken, wie sieht denn die Performance anders aus von diesen Faktoren. Und wir würden natürlich dann auch so Robustheiten und ähnliches ermitteln. Aber genau das ist, was Quant Research ist. Klingt erstmal trocken, ist aber eigentlich super spannend. Ist eine super spannende Sache. Ich persönlich kann mich ja dafür, ihr merkt es, ich persönlich kann mich dafür auch wirklich begeistern, weil es auch wirklich eine sehr spannende Sache ist. So, nun zeigt ja MSCI, dass man das Ganze im Grunde genommen sehr objektiv, quantitativ so berechnen kann. Dann kommt da irgendetwas raus und dann macht man das vielleicht nicht so ganz transparent, wie jetzt die Wahrnehmung von uns im Moment noch bei euch ist. Vielleicht ändert sich das ja noch, aber das wirkt bei euch ein bisschen anders. So, das ist hinten raus nicht an allen Stellen so transparent, wie ein Kapitalisierungsgewicht, wie der S&P, lässt sich aber auch passiv machen. Also das geht alles. Was ist jetzt eure Extraleistung? Die Extraleistung gibt es mehrere Punkte. Also erstens, wir ändern unsere Faktordefinition über die Zeit. Das fällt einem Index relativ schwierig, weil der Index hat Konstruktionsregeln und die Konstruktionsregeln sind niedergeschrieben und einen Index zu verändern ist nicht so einfach. Ist ja mit Strategien auch gar nicht so gut, weil man sagt ja eigentlich, stick to the strategy und du sagst ja jetzt gerade, ihr ändert die auch. Genau. Wenn wir was Neues, Gutes finden, dann fügen wir das hinzu, wie die Kreditkartendaten. Die gab es einfach vor zehn Jahren noch nicht, weil natürlich auch die Leute weniger mit Kreditkarte gezahlt haben. Das heißt, es gibt ja neue Daten, die kann man auch in den Markt neu mit hinzunehmen. Das heißt, das ist der erste Punkt, wo wir wirklich einen Mehrwert generieren. Und ich glaube, der zweite und der ist auch ganz wesentlich, ist die Portfoliokonstruktion. Portfoliokonstruktion ist leider ein Thema, was viel zu oft vernachlässigt wird. Leider viele Investoren fokussieren sich immer auf die Signale, die sind auch toll. Ich habe jetzt auch ganz viel über Signale gesprochen. Portfoliokonstruktion ist der Teil, wo es wirklich nerdy wird. Und da geht man gerne von weg. Aber so wie wir zu Hause auch für alle unsere Portfolien eine Portfoliokonstruktion machen, also überhaupt schon die Frage, wie viele Aktien nehme ich? Wo will ich eigentlich hin? Diese ganzen Fragen sind Portfoliokonstruktionsfragen. Genauso muss ich auch ein Aktienportfolio sinnvoll konstruieren. Das heißt, ich muss im Endeffekt sagen, gut, ich weiß jetzt, die eine Aktie ist attraktiver und die andere Aktie ist unattraktiver. Zum Beispiel, weil die attraktive Aktie ist günstiger und die unattraktive Aktie ist teuer. Aber wie viel übergewichtig die denn jetzt? Also das ist ja übergewichtig, die jetzt gegenüber dem Index 1%, 2% oder wie mache ich das? Dass am Ende auch ein sinnvolles Portfolio rauskommt. Das ist eine relativ schwierige Frage. Das ist wirklich eine sehr komplexe Frage, weil es ein hochdimensionales Problem ist. Unser Problem als Menschen ist, wir können in drei Dimensionen denken. Leider hat dieses Problem, naja, so viele Dimensionen, wie wir Aktien haben. Das heißt, wir sind da in einem mehr tausenddimensionalen Problem. Das ist für unser menschliches Gehirn leider sehr schwer zu erfassen. Das heißt, da verlassen wir uns dann auf einen Optimierer. Das Problem an Optimierern ist, Optimierer sind immer nur so gut wie die Daten, die ich reinsetze. Und ich muss sehr genau kontrollieren, was ich mit dem Optimierer mache, um am Ende ein sinnvolles Ergebnis herauszukommen. Und man glaubt es nicht, aber von diesen Researchern beschäftigt sich wirklich ein signifikanter Anteil mit nichts anderem, als wie konstruieren wir diese Portfolien besser. Das heißt, wir haben über Jahre uns informiert, wie kriegen wir eigentlich diese Faktoren sinnvoll in ein Portfolio rein, mit all den Constraints, die wir haben. Zum Beispiel, wir müssen uns an die Regulatorik halten. Wir dürfen nicht Short gehen. Unser Portfolio ist Long Only. Die Faktoren vergleichen ja immer, was ist attraktiv gegen was ist unattraktiv. Die haben implizit immer so einen kleinen Short dabei. Das dürfen wir nicht. Wir gehen nur Long Only. Das heißt, das, was früher Longs waren, übersetzliche Übergewichte. Das, was Short sind, übersetzliche Untergewichte. Aber wir können natürlich nur das untergewichten, was auch in der Benchmark ist. Und da gibt es dann viele interessante Fragestellungen, die sich daraus ergeben und die in der Tat diese Portfolio-Konstruktion auch schwierig machen. Also für alle, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, wir haben da eine ganze Menge Veröffentlichungen zugeschrieben, die wirklich da auch nochmal auf das Thema eingehen, was man da eigentlich richtig und was man da falsch machen kann. Aber um das zusammenzufassen, das Bringen dieser Faktoren in das Portfolio ist ein kompliziertes Thema, also ein wesentlich komplizierteres Thema, als es sich erstmal anhört. Und da machen wir einen echten Mehrwert. Zum Beispiel, wenn wir ein eigenes Transaktionskostenmodell haben. Weil immer, wenn du dich bewegst, kostet es was. Das ist im Finanzmarkt leider der Fall. Und was du machen willst, ist, du willst möglichst günstig. Und du willst natürlich insbesondere nur dann dich bewegen, wenn es nach Kosten einen Vorteil gibt. Was du keinesfalls machen willst, ist, mehr Kosten verursachen, als du am Ende Mehrwert generieren kannst. Und sowas zum Beispiel in Abständen zu stellen, möchte ich mich jetzt eigentlich aus der Aktie rausbewegen, weil sie etwas unattraktiver geworden ist. Aber ist das Nachkosten eigentlich überhaupt eine sinnvolle Idee oder bleibe ich besser drin? Das ist das Thema der Portfolio-Konstruktion. Und das ist das, wo wir wirklich sagen, da sind wir die Meister. Aber, bevor wir gleich in das Portfolio reingehen, nochmal zur Erklärung, auch diese Entscheidung, wie viel jetzt eine einzelne Aktie an Gewicht bekommt, ein Übergewicht oder ein Untergewicht, ist etwas, was ihr mit Systemen entscheidet. Das ist nicht so, dass am Ende gibt es so eine Liste mit 200 Unternehmen und dann sitzt einmal monatlich du da und sagst so, also jetzt hier, Microsoft 5 Prozent, so, das ist dann auch keine Bauchentscheidung, sondern es ist auch da im aktiven ETF eine Entscheidung, die vom System, das ihr gefüttert habt, das ihr laufend verbessert, laufend optimiert vom System getroffen wird. Ja, das ist eine Entscheidung, die vom System getroffen wird. Aber wir schauen schon als Menschen drüber. Wir schauen schon als, also das ist jetzt kein Autopilot, wo wir uns hinsetzen. Ich hatte gedacht, dass ich ins Quantenportfolio-Management gehe. Toll, da macht meine ganze Arbeit, macht das System. Und ich muss hier nur zwei Stunden arbeiten am Tag, um mal kurz reinzugucken. Leider ist das nicht der Fall. Das heißt, wir überwachen das schon dauerhaft und wir gucken, verhält sich das System so, wie wir es erwarten. Das heißt, das ist schon so, also wir haben das jetzt nicht so im Autopilot und das wird einfach... Also wenn er jetzt plötzlich das System sagt, 10 Prozent Coca-Cola, das ist nicht unbedingt dann sklavisch so umgesetzt. Aber im Grunde heißt es also aktiver ETF nicht, dass irgendwann dann doch der Bauch reinregiert, sondern aktiver ETF heißt hier nur, es ist zwar schematisch, datenbasiert, rational getrieben, aber es lässt sich halt nicht in den Einzelheiten so beschreiben, wie man es bei einem Index, MSCI World Momentum, in so einer ganz simplen 1 zu 1 Ranking-Beziehung machen könnte. Richtig, richtig. So kann man das zusammenfassen. Und insbesondere möchten wir es auch über die Zeit verändern können und deswegen wäre uns ein Index zu starr. Nein, weil das ist ja ein wichtiger Unterschied, weil mit aktiven ETFs sind wir ja viel konfrontiert. Das Poster Girl der aktiven ETFs ist ja Kathy Wood und das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Da haben wir es ja wirklich mit dem klassischen aktiven Management zu tun, was zwar auch garniert wird mit ganz viel Daten und Research und Berechnungen, Szenarien und sonst was, aber am Ende ist es schon Bauchgefühl und das ist halt genau das Gegenteil von dem, was ihr hier macht. Absolut. So, und dann schauen wir ins Depot rein und gucken auch aufs Porträt, sehen da nochmal zur Erinnerung die 0,3% TER. Wir sehen 200 enthaltene Aktien, wissen dann also, naja, wenn es 100 sind, ist es 1%, wenn es 200 sind, ist es 0,5%, so die grundsätzliche Gewichtung und sehen auch schon mal, dass die Top 10 nur 22% haben, also gemessen an anderen Geschichten, die wir gelegentlich auch so haben, dann schon mal gar nicht so viel. Durchschnitt des KGV recht günstig mit 16,1% und das Schöne ist, das ganz Aktuelle kriegt er auf dem Factsheet von Invesco eben auch tagesaktuell jederzeit geliefert. Top Einzelwerte ist ja dann doch ein Hingucker, weil dann auf einmal, kommt ja nicht so selten vor, dass diese beiden Werte in irgendeiner Form herausragend sind, Microsoft und Nvidia mit 4,7 und 4,0. Das klingt nach einer satten Übergewichtung gegenüber dem Ansatz, übrigens auch wie bei einer Trained Technologies, die wir hier in dieser Sendung, glaube ich, auch noch nie besprochen haben, die auch noch nie aufgetaucht ist und die am Platz 5 im Moment notiert, mit 1,8% Gewichtung. Warum oder wie kommt es zu diesen Gewichtungen? Na gut, gerade bei den beiden Erstgenannten ist es so, die sind deutliche Indexgewichte. Wir managen das Portfolio gegen den MSCI Welt. Das heißt, unser Ziel ist es, eine Outperformance gegenüber dem MSCI Welt zu erreichen. Und dafür ist es natürlich erstmal wichtig zu wissen, was im MSCI Welt drin ist. Und da sind selbst Aktien wie eine Microsoft und eine Nvidia sehr stark gewichtet. Und wenn wir jetzt positiv auf der Aktie sind, müssen wir es natürlich gegenüber dem MSCI Welt, wo die schon drin sind, nochmal übergewichten. Und selbst wenn wir negativ gestimmt sind, heißt es noch lange nicht, dass wir die gar nicht im Portfolio drin haben wollen. Vielleicht wollen wir auch nur ein gewisses Untergewicht haben. Das heißt, das hohe Gewicht im Index kann schon dazu führen, dass wir die Aktie auch dauerhaft halten. Was du nicht haben möchtest, ist, dass diese eine Position, deren eines Untergewichts in Microsoft alles kaputt macht. Das ist genau das, was ich mit der Portfoliokonstruktion beschreiben wollte. Faktoren geben dir eine statistische Aussage, ob eine Aktie funktioniert. Die sagen wenig was über eine einzelne Aktie aus. Alles, was ich hier zu einzelnen Aktien sage, ist auch eigentlich irrelevant, weil aus Faktoren kannst du eine einzelne Aktie gar nicht gut beschreiben. Du kannst aber sagen, welche Eigenschaften von Aktien sind statistisch dazu geeignet, eine Outperformance darzustellen. Für die einzelnen Aktien gilt das nicht. Und was du jetzt halt haben möchtest, ist, dass du nicht dann auf einmal eine Aktie, die im Index ganz prominent ist, untergewichtest. Und da ist dann gerade dieses Statistische, also es gibt ja immer so diesen Witz, drei Jäger gehen jagen, der eine schießt links 20 Zentimeter am Reh vorbei, der andere rechts 20 Zentimeter am Reh und der dritte sagt getroffen. Also eine statistische Aussage heißt noch lange nichts für das Individuum. Und das ist auch ganz wichtig zu sagen, nur weil wir eine Aktie attraktiv finden, heißt das eigentlich nicht, dass sie outperformt. Das heißt nur, dass sie die statistischen Eigenschaften hat, dazu outzuperformen. Das heißt, wovon wir uns lösen möchten, ist zu sagen, wir möchten Aussagen über einzelne Aktien machen, sondern wir wollen Aussagen über eine Statistik von Aktien machen. Jetzt sage ich tausendmal Statistik, man merkt dann doch, ich bin Physiker. Ich kann es nicht verbergen. Die Microsoft und die Nvidia ist ja dann quasi einen Tick sogar untergewichtet im Vergleich, aber ist trotzdem mit dabei. Ein bisschen nach dem Motto, also nicht, dass wir es verpassen. Ich hangele mich jetzt so ein bisschen an dieser Trend Technologies rein, weil ich sie in den Top 5, Top 10 und Top 20 beim S&P 500 noch nie gesehen habe. Aber da scheint es eine deutliche Übergewichtung zu sein. Ja, das wird es eine ganz deutliche Übergewichtung sein. Man merkt, ich bin so weit quant, dass ich die einzelnen Aktien da drin gar nicht so kenne. Für mich sind die Quant-Eigenschaften wesentlich. Fünfe Aktien, die jetzt kommen, die kennst du. Apple, Meta, Alphabet, Novo Nordisk waren nur vier, aber die vier kennst du trotzdem. Die sind aber alle jetzt beispielsweise hier nicht mit aufgeführt und die fehlen offenbar auch komplett im Portfolio. Gibt es dafür dann ESG-Gründe oder sind es andere Sachen? Kann beides sein. Also erstmal kann es beides sein. Es kann sein, dass wir die aus Nachhaltigkeitsgründen ausschießen. Es kann aber auch sein, dass wir diese aus finanziellen Gesichtspunkten unattraktiv finden. Die fallen irgendwo raus und da weiß man dann eben bei einem Portfolio, was tausend Aktien eben nicht enthält, die mit im Setting drin sind. Da weiß man auch nicht so genau, warum die jetzt gerade rausfallen. Die fallen eben raus. Ich weiß es für die einzelnen Aktien. Ich glaube nur, dass meine Compliance-Abteilung mir immer ein Problem daraus macht, wenn ich jetzt auf der Einzelaktie euch erkläre, warum die draußen ist. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht. Also wenn wir eins nicht wollen, dann ist es uns mit einer Steuerabteilung oder einer Compliance-Abteilung anlegen. Wollen wir nicht. Also bei vielen dieser Aktien habe ich Vermutung, dass sie eher aus der Nachhaltigkeitsgesichtspunkte rausfahren. Also bei Meta-Plattforms würde mich wundern, wenn sie in einem Produkt drin sind, wo überhaupt irgendwo ESG draufsteht. Also da würden mir so viele Gründe einfallen, die rauszunehmen, anders übrigens als bei Rüstungsunternehmen. Okay, ist ein anderes Thema. Aber gehen wir mal wieder auf die allgemeinen Themen. Wir haben ja gerade gesagt, also wir haben Microsoft und Nvidia, aber wir haben eine Apple nicht, wir haben eine Meta nicht, wir haben eine Alphabet nicht. Also diesen Big-Tech-Klumpen, mit dem ja manche Investoren, wir wollen hier niemanden genau angucken, ein Problem haben, das haben wir hier gar nicht. Das ist schon mal ausgeräumt und sicherlich in der Wahrnehmung vieler Investoren schon mal sehr positiv. Bei der Ländergewichtung allerdings, das finde da Kollege Kramer jetzt wieder nicht so witzig, da haben die USA allerdings immer noch ein erschlagenes Gewicht. Zwei Drittel, im MSCI World sind es 71 Prozent, also ein paar Prozentpunkte weniger. Und bei den Sektoren sehen wir in der Spitze eine ähnliche Struktur wie beim MSCI World, nämlich Tech for Finanzen. Da haben wir sogar etwas mehr Klumpen, nämlich 40 Prozent des Portfolios sind aus diesen beiden Sektoren. Wie kommt das zustande? Ist das so eine bewusste Top-Down-Entscheidung oder erklärt sich das einfach aus diesem Bottom-Up-Approach, dass ihr halt sagt, okay, wir gucken uns die Faktoren an und momentan ist eben Technologie und Finanzen das beste Chance-Risiko-Verhältnis und USA vielleicht auch aufgrund der Breite sowieso kaum zu umgehen? Ich denke, also das USA-Thema ist, glaube ich, das müssen Sie berat betrachten. Wir haben global eine Konzentration von Aktien in den USA. Das führt ja sogar so weit, dass sich teilweise deutsche Unternehmen entscheiden, ihre Listing nicht mehr in Deutschland zu machen, sondern in den USA an die Börse zu gehen. Und das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, das gibt es in der Tat auch für andere Länder. Das ist hier ein Birkenstock. Ja, das ist ein bisschen. Und dass wir in globalen Portfolien für längere Zeit hohes US-Gewicht sehen werden, ist sehr wahrscheinlich. Einfach aus diesen Gesichtspunkten, dass mittlerweile ja das Listing-Land gar nicht mehr unbedingt das Land ist. Das heißt, wenn man sich das nach Umsatzanteilen anschauen würde, würde das auch anders aussehen. Das ist jetzt diese Listing, da würde ich jetzt mal so ein bisschen davon weggehen. Das liegt einfach daran, dass einfach die meisten Aktien mittlerweile in den USA zu finden sind. Also einfach, wenn ich das durchzähle, werde ich ein ähnliches Gewicht haben. Also einfach gezählt. Und wenn ich dann einfach sage, statistisch gesehen wird es in den USA genauso viele attraktive, also relativ gesehen genauso viele attraktive Aktien geben wie in Deutschland, dann führt das einfach dazu, dass ich in den USA mehr investiert bin. Darüber hinaus sind ja auch viele US-Unternehmen global aufgestellt. Microsoft, Hälfte USA, Hälfte Rest der Welt. Zahlt aber voll auf den US-Anteil. Zahlt voll auf den US-Anteil. Genau das meine ich. Das heißt, dieses US-Gewicht würde ich jetzt ehrlich gesagt, das ist einfach ein Kapitalmarktphänomen. Das würde ich mal so ein bisschen außen vor lassen. Wenn ich jetzt in die Sektoren reinschaue, das ist vielleicht ein bisschen interessanter. Dann ist es nicht so, dass wir jetzt sagen, der IT-Sektor ist sehr, sehr interessant. Was wir aber machen wollen ist, wir möchten das Abweichungsrisiko zum MSCI-Welt kontrollieren. Weil Faktoren nicht so gerne hohe Tracking-Errors mögen. Wir haben auch einen sehr definierten Tracking, also Tracking-Error ist die Volatilität, die wir zur Benchmark haben. Also die Standardabweichung der Renditen zur Benchmark. Und diesen Tracking-Error zum MSCI-Welt, den wollen wir kontrollieren. Der soll so um die 3% liegen. Das schreiben wir sogar in unserem Prospekt. Zwischen 3 und 5% sagen wir im Prospekt. Und das wollen wir kontrollieren. Und dafür kontrolliert man dann auch solche Abweichungen wie Sektoren, um einfach nicht zu viel vom MSCI-Welt abzuweichen. Das heißt, eine Marktkapitalisierungsgewichtung in erster Linie ist auch keine unsinnvolle Strategie. Ich meine, Marktkapitalisierungsgewicht heißt nichts anderes als zukünftige Gewinne. Weil zukünftige Gewinne sind nun mal das, was die Marktkapitalisierungen treiben. Und da wollen wir uns schon in der Nähe des MSCI-Welt bewegen. Und da haben wir dann eben auch eine ähnliche Struktur wie der MSCI-Welt. Unsere Benchmark. Performance ist ja dann auch mal ein wichtiges Thema. Seit 2019 relativ kontinuierlich Schritt gehalten. In den letzten zwölf Monaten aber auch einigermaßen spürbare Outperformance generiert. Und unterm Strich haben wir hier eine Wertentwicklung seit Juli 2019 von knapp 91 Prozent. 80 Prozent waren es im Index. Ist das schon das, was zufriedenstellt, wo du sagst, nach dem Motto, das ist es? Und was waren die Treiber dabei? Ja, also das ist genau das, was wir erreichen wollen. Also was man nicht erwarten kann, ist, dass wir auf einmal in einem Monat 10 Prozent über der Benchmark liegen. Das ist nicht, was wir anstreben. Das ist ganz und gar nicht das Konzept dahinter, sondern wirklich kleine... Benchmark nah, aber besser. Benchmark nah, aber besser, genau. Das Ziel ist wirklich, kleine Mehrerträge zu generieren. Wie gesagt, Zinseszinseffekt ist eigentlich der größte Freund des Investors. Nutzt den Zinseszins und bleib lange dabei. Das ist ja immer das, was der Investor wirklich machen sollte. Und nichts anderes wollen wir im Portfolio machen. Und also das ist in der Tat das, was wir anstreben. Du hattest einen zweiten Teil, den ich jetzt vergessen habe. Was waren die Treiber? Ach, die Treiber. Als Treiber war es einerseits, dass diese Faktoren sehr, sehr stark funktioniert haben. Eigentlich alle drei Faktoren, wenn man ehrlich ist. Auch Value? Auch Value. Weil wenn wir ja sonst auf Basis dieser MSCI-Indizes gucken, da ist Value ja immer noch so die Lusche. War ganz schlimm in den ersten Jahren nach der Finanzkrise, nach der Gegenbewegung. Aber auch die letzten fünf Jahre waren jetzt im Value-Bereich nicht doll. Ja, das ist jetzt das interessante Thema. Unsere Value-Definition, dadurch, dass wir zum Beispiel nicht eine Bank in der Bewertung mit einem Tech-Unternehmen vergleichen. Diese Value-Definitionen sind dadurch viel stabiler. Das heißt, was das Problem bei den Value-Indizes ist, wenn die dann anfangen, komplett aufs Tech rauszugehen. Die gehen komplett übers Raster. Genau. Und das hat gekostet. Dadurch, dass wir das nicht tun, ist unser Value-Faktor sehr stabiler. Plus diese Cashflow-Thematik, die ich angesprochen habe. Value hat einen tollen Mehrertrag geliefert. Der Value-Faktor neigt auch immer dazu, sich gut zu entwickeln, wenn die Inflation steigt. Und wir hatten schon ein inflationäres Umfeld über die letzten fünf Jahre. Das merken wir wahrscheinlich alle, wenn wir einkaufen gehen. Und in diesen Szenarien funktioniert Value gut. Momentum hat sowieso sehr stark funktioniert. Und auch Qualität war für uns zufriedenstellend. Qualität war jetzt in dem Zeitraum, sag ich mal, der schwächste der drei Faktoren, hat aber einen kleinen positiven Beitrag geliefert. Die sind auch so, was wir gar nicht wollen, ist unbedingt, dass sie zu aller Zeit alle drei gleich sich entwickeln. Üblicherweise ist Momentum und Value sogar so ein bisschen negativ korreliert. Per se ist auch bei Momentum kaufe ich das, was andere kaufen. Und bei Value kaufe ich das, was andere verkaufen. Das ist per se schon so ein bisschen negativ korreliert. Und negative Korrelationen finden wir natürlich immer toll als Investoren. Es gibt Diversifikationen. Diversifikationen ist der einzige Free Lunch, wie man so schön sagt, den ich im Portfolio heben kann. Mag der Quant auch immer gerne. Der Quant sucht immer nach Diversifikationen. Das ist etwas, was wir ganz toll finden, auch über die Essay-Klassen. Da freuen wir uns immer drüber, wenn wir irgendwie diversifizieren können im Portfolio, weil wir immer so risikoadjustiert denken. Und die Faktoren untereinander diversifizieren sich auch schön. Das ist eigentlich auch der Grund, warum wir Multifaktor machen. Man kann sich ja fragen, warum machen wir eigentlich die drei Faktoren? Warum machen wir nicht ein Value, ein Quality und ein Momentum? Weil dieses Diversifikationselement man dadurch so schön heben kann. Und ja, Diversifikationen ist toll. Finde ich auch. Das heißt, ihr macht das auch nicht? Also, es gibt, naja, natürlich, wenn wir uns bezahlt, machen wir einiges. Es gibt, nein, es gibt in der Tat... Also klar, wenn ich kommen würde und sagen würde, ich packe jetzt mal 100 Millionen in, ich möchte eine reine Value-Strategie haben, dann würdet ihr nicht sagen, geh woanders hin. Nö, das würden wir natürlich nicht sagen. Also es gibt einige institutionelle Investoren, die das haben. Aber wenn ich jetzt natürlich jemandem, wenn ich jetzt sagen würde, was wäre die Strategie, wo ich selbst rein investieren würde, wäre das immer eine Multifaktor. Und wenn es auch um eine Alternative zum MSCI World, so zum Basis-Investment, wir haben es ja öfter mal unter der Thematik Just One zu laufen gehabt. Wenn es da um einen von dir ins Gespräch gebracht, einen sehr ernsthaften Bewerber als das Ding gilt, womit man mal anfangen sollte, dann wäre es das. Jetzt lassen Sie uns nochmal zwei Szenarien anschauen auf der Risikoseite. Jetzt gesetzt den Fall, es kommt jetzt doch in den USA zu einem Hard Lending. Ja, wir sehen eine Rezession und die Aktienmärkte gehen so in den Bärenmarkt-Modus. Das heißt also minus 20 Prozent von den zuletzt erreichten Hochs. Habt ihr irgendwie so ein Gefühl, was da mit dem Portfolio passiert? Wie eine solche Allokation multifaktorgetrieben darauf reagiert? Also ich weiß jetzt gar nicht, ob unbedingt von der Performance-Seite, ob ihr das so einschätzen könnt und wollt. Aber vielleicht auch von der Allokation, was sich dann tut. Ja, gut, als erstes möchten wir im Portfolio einen Beta von 1 haben. Das heißt, wir gehen erstmal davon aus, dass unser Portfolio, so wie es an der Aufwärtsbewegung auch partizipiert, auch an der Abwärtsbewegung partizipieren wird. Das ist ein Aktienportfolio. Also wir gehen schon davon aus, dass es dann auch negative Erträge gibt. Wenn der Aktienmarkt deutlich fällt, würde auch unser Portfolio deutlich fallen. Das ist gewollt so. Weil wir natürlich auch langfristig die Aktienmarktprämie, die übrigens selbst ein Faktor ist. Der Aktienmarkt ist selbst übrigens ein Faktor. Weil wir die natürlich auch heben wollen. Und da nehmen wir auch das Risiko des Aktienmarkts. Ich würde jetzt mal, wenn ich mir die Faktoren anschaue, würde ich in solchem Szenario erwarten, dass Momentum zu Beginn tendenziell etwas schwächer ist, dann sich aber auch wieder berappeln wird. Dass der Bewertungsfaktor in so einem Szenario etwas schwächer performen wird und der Qualitätsfaktor positiv sich entwickelt. Das wären erstmal so von den Faktoren, wie ich das denken würde. Was würde dann im Portfolio passieren? Naja, nicht viel. Weil wir gar nicht irgendwie timen wollen, jetzt fällt der Markt, jetzt wollen wir da rein. Sondern weil wir eine strategische Allokation über die ganze Zeit durchhalten. Das heißt, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass dann auf einmal Panik bei uns ausbricht und wir alles umwerfen. Sondern wir sind in Aktien investiert, von denen wir eben glauben, dass sie Mehrwert generieren. Eben aufgrund der Faktorcharakteristika. Das ändert sich sowieso in jeder Rebalancing. Aber wir gehen jetzt nicht davon aus, dass da jetzt massiv sich was verändert in unserem Portfolio. Hat sich übrigens auch während Covid nicht. Also man kann sich das ja historisch angucken, was sich während Covid verändert hat. Da hat sich nicht viel verändert. Da sind wir weiterhin, sind wir die Spur gefahren. Das ist auch, glaube ich, das, wo wir sagen, warum das Mehrwert gibt. Das hält einen so ein bisschen davon ab, zu taktisch zu sein. So, das war jetzt einer. Das war jetzt einer der aktiven ETFs, die ihr habt. Aber es kann ja jetzt nicht sein, dass 50 Leute an einem ETF arbeiten. Also so irgendwie, was macht ihr denn so den ganzen Tag? Und was macht ihr vor allen Dingen sonst? So, als Beispiel. Ja, also wir haben selbst noch ein zweites aktives Aktien-ETF, das wir managen. Das ist eine niedrig-volatile Strategie. Niedrig-volatil heißt immer, dass ihr in Aufwärtsphasen nicht notwendig, weil sie im Markt ganz folgt. Aber in Abwärtsphasen dann eben in solch einem Szenario, was du beschrieben hast, auch einen gewissen Puffer darstellt. Das managen wir. Niedrig-volatilität per se ist auch ein Faktor, den man heben kann. Das ist ein zweites ETF. Wir machen, neben ein paar Publikumsfonds, die wir noch managen, machen wir interessanterweise auch Faktor-Investing auf der Rentenseite. Das Schöne an Faktoren ist, die gibt es eigentlich in allen Asset-Klassen. Die gibt es in Aktien. Da sind sie am prominentesten. Da sind sie auch schon, sagen wir mal, seit den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts, wenn nicht so schon länger, erforscht worden. Aber auf der Rentenseite gibt es sowas ähnliches auch für Unternehmensanleihen. Das heißt, wir managen auch solche Strategien für Unternehmensanleihen, wo wir faktorbasiert die Unternehmensanleihen aussuchen. So wie wir die Aktien aussuchen, suchen wir da Unternehmensanleihen aus. Was sind da so die Faktoren dann? Die sind natürlich leicht unterschiedlich. Momentum funktioniert in Unternehmensanleihen schwierig. Man hat sehr hohe Transaktionskosten. Und auf der anderen Seite, ja, bewegen sich die Anleihen auch einfach weniger. Das heißt, was man sich dort anschaut, ist der Carry-Faktor, also einfach höhere Coupons. Dann gibt es den Value-Faktor, das ist höhere Coupons im Vergleich zu einer Peer-Gruppe. Der hat viel zu tun, vielleicht kennt man so vorhin Angels-Strategien. Und der hat viel zu tun mit so vorhin Angels-Strategien. Da kauft man im Grunde das, was andere so verkaufen wollen. Und dann gibt es den niedrig-volatilen Faktor. Den gibt es auch in dem Fix-Income-Markt. Den gibt es in der Tat in allen Märkten. Man kann in allen Märkten niedrig-volatile Faktoren entdecken. Und das sind einfach Anleihen mit kurzen Laufzeiten und hohen Bonitäten. In dezenter Weise risikoadjustiert sind die nicht zu schlagen. Risikoadjustiert macht man mit kurzen Laufzeiten und hohen Bonitäten in den wenigsten Fällen was falsch. Und das klingt auch schon wieder so, als wäre das negativ korreliert. Da kann man auch wieder als Quant schön Diversifikationen heben. Und das machen wir zum Beispiel auf der Fix-Income-Seite. Und ja, dann geht es sogar weiter. Dann haben wir uns auch auf Staatsanleihenseite mit Green Bonds beschäftigt. Auch da haben wir was gebaut. Auch hier ist uns die Portfolio-Konstruktion sehr, sehr wichtig. Der Green Bond-Markt, um jetzt zu sehr darauf einzugehen wollen, ist sehr fragmentiert. Fragmentation heißt immer, man muss ein bisschen klüger sein in der Portfolio-Konstruktion. Und solche Themen machen wir dann eben auf der Staatsanleihenseite eben auch. Vielleicht adressieren wir mal ganz kurz an der Stelle euch bei dem Thema Anleihen. Wenn ihr euch zu diesem Thema, also auch quantitatives Anleiheninvestment, nochmal einen Deep Dive wünscht, dann würde ich vorschlagen, dann nehmen wir vielleicht eher so zwei, drei Portfolien mit rein, um uns an verschiedenen Produkten auch weiter zu machen. Weil gerade das Thema Staatsanleiheninvestment, Unternehmensanleiheninvestment ist dann schon mal was. Und dann fällt uns sicherlich auch noch was Drittes ein. Wenn euch das interessiert, lasst es uns in den Kommentaren einfach wissen. Und ansonsten natürlich auch gerne, an welchen Aktienstrategien ihr möglicherweise auch mehr Interesse hättet. So, und wenn das dann bei euch von Interesse ist, dann kommt ERD nochmal wieder. Und dann sprechen wir genau zu solchen Themen auch nochmal ein bisschen vertiefter, nochmal ein bisschen anders, auch über andere Schwerpunkte. Und ansonsten sagen wir, dass wir hoffen, dass ihr das ein oder andere aus dieser Sendung mitgenommen habt. Sagen an ERD, danke fürs Vorbeikommen und danke für das gar nicht so Nerdige. Erklären dessen, was du da und mit deinem Team so machst. Und sagen euch, wie immer, bleibt gesund, bleibt investiert und weiter mit dabei. Bis bald bei ECHGELD TV. Tschüss. 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 Tschüss.